Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute Kartoffeln und Avocado Salat. Am Anfang machen wir noch die Kartoffeln. Die müssen wir erst waschen, danach schälen und danach kochen. Dann die gekochten Kartoffeln lassen wir dann abkühlen und danach schneiden wir sie in bis große Stücken und die können wir dann schon in unser Gefäß beziehungsweise in unsere Schale rein tun und dann mit dem nächsten wie viel Gemüse weiter machen. Ja, die sind immer wieder in den Schaden. Die sind immer wieder in den Schaden. Schönen wir den Schaden und die sind immer wieder in der Schaden und die sind immer wieder in dieses Schaden. Das Innere der Paprika, also das weiße Stück und so, das lassen wir raus und das schneiden wir auch weg und ansonsten schneiden wir diese Paprika auch relativ in kleine Würfel und die tun wir dann auch in unser Gefäß rein. Wir haben die Paprika auch mit dem Wachstipp, um die Paprika zu kommen, das sehen wir uns nicht mehr, sondern es gibt eine weitere Frage. Es geht um eine Frage, diese Frage zu werden, wenn wir die Paprika nicht mehr ausgehen, dann können wir die Paprika nicht mehr, oder? Das ist mir wichtig, dass wir die Paprika nicht mehr ausgehen. Ja, also jetzt kommt noch Knoblauch und Ingwer dazu, aber jetzt nicht komplett. Also wir schneiden es erstmal zurecht mit dem Messer und danach wird es püriert oder zerkleinert dementsprechend, was man benutzt. Wird es dann püriert oder verkleinert und dazu kann man auch Salz dazu machen. Dann ist es viel leichter, wenn man es mit Hand macht. Genau, und es geht viel schneller und so. Ja, genau. Man muss es nicht mit der Hand machen. Man muss es nicht mit der Hand machen. Genau, es muss halt klein sein, damit nicht große Stücke sind. Im Salat, wo es dann halt ungemütlich ist zu essen, dass du dann ein komplett großes Stück Knoblauch hast und dann keinen Geschmack mehr hast. Ja. 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 Ja, okay. Jetzt machen wir Oliven und Cherrytomaten rein, die wir zuerst halbieren und die kommen dann auch zu dem Salat rein. Die Cherrytomaten haben wir ausgesucht, weil die vom Geschmack her ganz gut passen und von der Größe eigentlich auch ganz gut sind. Ja. Und dann machen wir Avocado rein und wir machen dann halt das Gängere raus und dann schneiden wir es halt zurecht. Und danach kommt es halt auch rein in den Salat und dann kommt halt noch Mais rein. Und jetzt kommt eine ganze Zitrone rein, also das Zitronensaft. und danach kommt noch Olivenöl und Schwarzkümmelöl. Dann kommt noch ein klein bisschen Kürbisöl rein, aber das ganz wenig, weil da noch eine kleine Säure drin ist. Dann erwarten wir von euch Kommentare, wir hoffen es schmeckt euch, wir hoffen ihr macht es auch nach und sagt uns Bescheid wie sehr es euch gefällt und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nein, dann auch noch. Bis zum nächsten Mal.